Wenn man alle Antriebe jetzt mal auf den Tisch legt und sich die anschaut, unterscheiden die sich erstmal nicht so grundsätzlich. Alle haben erstmal ein Metallgehäuse, da drinnen ist dann ein Elektromotor, da drinnen ist eine Leiterplatte mit jeder Menge Elektronik, da drinnen sind Sensoren und da drinnen ist ein Getriebe, was diesen Elektromotor und den Mensch in Einklang bringt. Also ein Elektromotor dreht typischerweise, fühlt er sich wohl bei ein paar tausend Umdrehungen und ein Mensch tritt mit irgendwas zwischen 50 und 100 Umdrehungen. Und die muss man quasi auf den Einklang bringen und das macht man mit einem Untersetzungsgetriebe. Soweit sind eigentlich alle, zumindest Mittelmotoren im E-Bike-Bereich, komplett gleich. Wo es dann die Unterscheidungen anfangen, ist, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Zum Beispiel der Elektromotor, da kann man sehr viel falsch machen oder sehr viel richtig machen. Also da bringen wir sehr viel Know-how mit aus anderen Industrien, aus der Robotik. Und meinen von uns sagen zu können, dass unsere Elektromotoren sehr ausgereift sind und vor allem sehr gut angepasst sind auf unsere Anwendung. Andere Hersteller, die vielleicht aus anderen Industriebereichen kommen, haben schon ein paar Elektromotoren in der Schublade liegen und nehmen dann den nächstbesten, der da einigermaßen für funktioniert. Aber der ist nicht zwangsläufig dann auch optimal für diese E-Bike-Anwendung. Das ist ein Thema, wo sich die Antriebe stark unterscheiden, sind die Elektromotoren. Ein weiterer Punkt, wo sie sich stark unterscheiden, sind die Getriebe, die auch in jedem Mittelmotor drin sind. Wobei man da fast sagen kann, da haben sehr viele ähnliche Konzepte mit Stirnrädern. Und wir haben dadurch unser Patent mit dem Pinringgetriebe was ganz Besonderes. Was den E-Bike-Motor so groß macht, ist größtenteils Getriebe. Und das, was bei anderen Herstellern relativ viel Platz wegnimmt, das schaffen wir in einen sehr, sehr kompakten Bauraum zu bringen. Und können so diese brachiale Kraft von 120 Newtonmeter in den Formfaktor bringen, der vergleichbar ist mit anderen Antrieben, die nur 85 Newtonmeter haben. In der Vogelperspektive sind erstmal alle ähnlich aufgebaut konzeptionell. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, dann sind es so Dinge wie unser Getriebe, wie unsere Elektronik, wie unsere Messtechnik, die dann auch einfach den entscheidenden Unterschied machen, um einfach dann am Ende ein richtig cooles Produkt für den Kunden auf den Markt zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.